Ich bin ein Berliner aus dem schönsten Fleck der Erde, weil du drei Jahre hier wohnst, bist du keiner, hättest du gerne, aber ist nicht, du musst hier geboren sein. Ich kenn jede Ecke, jeden Winkel, vom Portstein zum Schornstein, und wir Berliner sind ganz anders drauf. Wenn einer Faxen machen will und stänker, kommt erstmal ein kranker Spruch. Hier ist normal, wenn sich die Taxifahrer anschreien, und wenn der Kellner heute mal nicht frech ist, muss er krank sein. Na gut, und manche Ecken sind nicht ganz so sauber, aber da, wo sauber ist, sind die Leute dreckig, glaub mal. Ihr hasst alles, sag was, das gibt's hier, doch wartet ihr hoch Kurvenjäs, nimm mit bitte mit mir, dann gehen wir feiern, in Berlin kann's gerne mehr sein. Darum um fünf Uhr morgens, dann vom Cookies ab ins Berghain. Manche tanzen tagelang, manche noch mit 80. Tja, entweder die Stadt schafft sich, oder sie macht sich. Ich bin nur ein Star, wegen dem Glanze Berlins. Dafür hast du heute mal Danke verdient. Ich bin wie ich bin, durch den Berliner in mir. Du hast mich gemacht und dafür liebe ich dich. Ich liebe mein Berlin, wer will schon in New York sein? Hier schlafen sie hoch, ab und zu mal auf'n Bordstein. In Paris reden alle über Liebe Sachen, doch bei uns hier in Berlin wollen wir Liebe machen. In L.A. sind um 82 Schotten dicht, während der Berliner schon im zweiten Club am Rotten ist. Weil mal ein Mail hat nur noch Luftsalat zu essen, kriegt kaum die schönen Models nur noch nach Berlin zur Fashion Week. Was soll ich denn in China, wenn ich die Schrift nicht mehr lesen kann? Ich bestell mir einfach was bei meinem Chinesen nebenan. Ich bin ein Berliner und ich sag Berlin, ich liebe dich. Und ich hoffe, dass du auch mit mir zufrieden bist. Ich bin nur ein Star wegen dem Glanze Berlins. Dafür hast du heute mal Danke verdient. Ich bin wie ich bin, durch den Berliner in mir. Du hast mich gemacht und dafür liebe ich dich. Du hast mich gemacht und du hast mich gemacht und du hast mich gemacht. Wir sind echt in Berlin. Wie geil ist das denn? Cool. Ich habe eines hier, aber nur Handtaschen. Hier ist gerade grün. Da sind wir mal ran. Das ist wie ein Bockkontakt. Das ist so nicht so. Das ist schon mal grün. Oh mein Gott, non-smoking station. Wieder nichts betrauchen. Jetzt kommt der Weg. Jetzt kommt der Endlich. So, live Musik. Was ist denn da? Das ist Koran? Au. 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 Okay, ich kann es hier einfach rum. 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 Okay. 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 Okay.